Der Löschzug Lauterbach-Süd und zwei Löschfahrzeuge des Löschzugs Lauterbach-Mittel wurden heute zu einem FLKW nach Schloss Eisenbach alarmiert. Vor Ort fanden wir einen brennenden, sehr großen Traktor vor, der beim Bestellen von Ackerflächen war und in Brand gewahren ist. Wir haben dann sofort die Brandbekämpfung aufgenommen und den Traktor innerhalb von kurzer Zeit auch gelöscht. Momentan sind wir noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Im Einsatz war der Löschzug Lauterbach-Süd mit 18 Einsatzkräften und der Löschzug Lauterbach-Mittel mit 12 Einsatzkräften. Sind denn Betriebsstoffe ausgelaufen? Es sind geringe Betriebsstoffe ausgelaufen. Die Restmengen, die sich momentan noch im Traktor befinden, werden jetzt fachgerecht abgepumpt, um ein weiteres Auslaufen zu verhindern. Fast zum Schluss hat es mal eine große Stichflamme gegeben. Wie kommt das zustande? Die Stichflamme kam kurzzeitig. Anscheinend ist der Tank geborsten in dem Moment. Dadurch ist es zu einer kurzen Stichflamme gekommen, die wir aber schnell wieder abgelöscht haben. Verletzt wurde niemand? Es wurde niemand verletzt und ist eigentlich alles auch gut abgelaufen. Jetzt ist jetzt das Wetter wieder so warm oder heiß. Ist mit mehr zu rechnen? Nein, das wäre Spekulation, dass mit mehr zu rechnen wäre. Das war jetzt halt ein technischer Defekt an einem landwirtschaftlichen Gerät. So etwas kommt immer vor bei großer Wärme, aber das wäre spekulativ zu sagen. Das wäre jetzt eine größere Anzahl zu erwarten von solchen Einsätzen. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017